Es geht eben darum, schaffen wir es, dass diejenigen, die sich klar für eine liberale Demokratie, für die Europäische Union aussprechen, dass die gemeinsam agieren. Aber das bedeutet dann auch wirklich, sich abzugrenzen von jenen, die die liberale Demokratie abschaffen wollen, das so sagen, in ihrem Land daran hart arbeiten und die auf den Nationalismus und zurück ins letzte Jahrhundert setzen. Und das ist die Aufgabe, die CDU, CSU auch hat, sich da endlich abzugrenzen von dieser Seite, die immer noch Teil ihrer Parteienfamilie ist. Aber mit einer solchen Abgrenzung könnten Sie sich vorstellen, Manfred Weber dann zu unterstützen? Dann wird man immer über Inhalte verhandeln und wer die größte Fraktion ist. Wir werden wahrscheinlich nicht die größte Fraktion sein. Aber das ist zum Beispiel eine der ganz wichtigen Bedingungen für uns, dass wir jemanden an der Kommissionsspitze haben, der nicht angewiesen ist auf die Stimmen oder nicht Teil der Stimmen hat. von denjenigen, die eigentlich nur Europa zerstören wollen.